Hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ankündigung. Diesen Freitag streamen wir schon wieder sozusagen. Ab 20 Uhr geht's wieder los. Den Link zu meinem Twitch-Channel und alle anderen Links findet ihr in der Videobeschreibung, wie immer. Ja, und es wird auf jeden Fall gruselig werden, so viel kann ich verraten. Ich hoffe, ich sehe euch da. Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig und damit bis dann.